Ihr wisst noch nicht, wie ihr den Kopf in Anatomie erklären sollt, was überhaupt alles die Bestandteile sind und wie das Ganze funktioniert, das ist nicht schlimm. Denn wir erklären es euch heute bei Selbstorientiert für Medizinerinnen. Und bevor das Video losgeht, seht ihr hier einmal eine Kapitelübersicht über die wichtigsten Timestamps, die ihr heute braucht, um optimal lernen zu können. Und außerdem wollen wir noch darauf hinweisen, wir haben verschiedene Kurse für euch verfasst. Ihr seht es jetzt schon, wir haben unter anderem welche für Biochemie und Physio, langfristig sind auch welche für Anatomie geplant. Das heißt, wenn ihr euch jetzt optimal vorbereiten wollt, checkt gerne mal die Links in der Videobeschreibung aus. Denn da gibt es alles, was ihr definitiv braucht, um euch jetzt optimal auf euer Physikum vorbereiten zu können. Texte, Zusammenfassungen und Aufgaben zum Üben und viele Lösungen sowie Videos zum direkten Vergleichen und Wiederholen. Ganz viel Spaß damit und jetzt würde ich sagen, starten wir. Gucken wir uns nämlich heute den Schädelknochen an. Grundsätzlich ist es ja so, dass wir beim Schädel ein enorm robustes Konstrukt haben, was insbesondere natürlich unser Gehirn schützen soll. Und dementsprechend da natürlich eine große Funktion hat. Darüber hinaus sehen wir aber bereits jetzt schon in dieser allgemeinen Darstellung, dass diese Schädelknochen natürlich noch weitere Funktionen haben, die über den Schutz des Gehirns hinausgehen und weitere andere Funktionen, unter anderem die Schutzfunktion, beziehungsweise die Funktionen rund um die Zähne und natürlich langfristig auch den Mund sind. Dabei ist es so, dass der Schädel aus 22 Platten sowie unregelmäßig geformten Einzelknochen besteht. Das heißt, insgesamt nennt man diese dann die Schädelknochen. Wir haben es hier einmal für euch aufgeschrieben. Grundsätzlich ist es dabei so, dass hier ein einziger Unterschied zwischen diesen ganzen Schädelknochen besteht, denn es gibt nur einen einzigen Schädelknochen, der nicht unbeweglich miteinander verwachsen ist. Und man kann das Ganze ganz schön ableiten bereits, wenn man sich überlegt, welche Funktionen die ganzen haben. Und ihr seht schon die Mandibula. Mandibula ist hier entsprechend hervorzuheben, denn die ist die einzige Funktion, die hervorzuheben ist. Denn da haben wir eben keine fest verwachsene, unbeweglich fest verwachsene Konstruktion, sondern eben diese Unterkieferfunktion, die das Ganze abhebt. Dabei ist es so, dass der Schädel grundsätzlich in Gehirnschädel und Gesichtsschädel unterschieden werden kann. Wenn wir dafür jetzt die lateinischen Fachbegriffe benutzen, dann haben wir hier einmal das Neurokranium, also den Gehirnschädel, und das Viscerokranium, wobei wir hier den Gesichtsschädel haben. Also Gehirnschädel und Gesichtsschädel, Neurokranium und Viscerokranium. Dabei ist es so, dass diese Teile natürlich weiterhin unterteilt werden können. Auf dieser Abbildung können wir uns jetzt besonders das Neurokranium angucken. Das heißt, hier kann man nochmal zwischen die Schädelbasis und das Schädeldach unterscheiden. Das heißt, wir haben einmal die Basiskranie, die dann wieder in Posterior, Anterior und Medialis unterteilt werden kann. Und wir haben einmal das Schädeldach, die Calvaria. Da können wir auch den Begriff Schädelkalotte nutzen. Und auch da können wir wieder eine Unterteilung vornehmen. Das heißt, hier haben wir insgesamt beim Gehirnschädel, beim Neurokranium, sieben Knochen, die wir vorheben müssen. Und das sind einmal Os-Oxipitale, hier im Dunkelgrünen dargestellt. Außerdem Os-Parietale, wobei wir das hier entsprechend in dem großen hellblauen Ton da vorliegen haben. Das Os-Frontale kann man sich sehr schön ableiten, wobei wir hier Os-Frontale in Gelb sehen. Dann Os-Temporale und das Os-Sphenoidale. Diese verschiedenen Knochen sind alle Teil des Gehirnschädels. Wichtig ist dabei, wie kommt man jetzt auf sieben? Man kann Os-Parietale und Os-Temporale entsprechend nochmal unterteilen. Und dadurch ist es dann möglich, entsprechend sieben Schädelknochen nachzuweisen. Immer Dextrum und Sinistrum. Also hier entsprechend diese Unterschiede, die ganz logisch von der Anatomie des Schädelknochens beziehungsweise von der Anatomie des Gesichtes und des Gehirns abzuleiten sind. Dann haben wir noch die Gesichtsschädel. Und dabei kann man hier schon erahnen, dass unter anderem das Os-Etmoidale, das Os-Zygomaticum Teil dieses Gesichtsschädels sind. Sind es Viszokranium? Warum ist das Viszokranium so wichtig? Naja, es ist ganz logisch, denn unter anderem Os-Sphenoidale und Os-Etmoidale haben eine besondere Funktion, wenn es um den Schutz der Augen geht, beziehungsweise entsprechend die Formung der Augenhöhle, aber auch Mund- und Nasenhöhle werden dadurch maßgeblich bestimmt. Dementsprechend gehört auch die Mandibula und die Maxilla dazu. Auch diese sind Teil dieser Schädelknochen, die wir hier einmal sehen können. Und da kann man am besten auch nochmal schlussendlich darauf hinweisen, dass wir hier eigentlich auch ganz schön diesen Verlauf sehen können zwischen Gehirnschädel und Gesichtsschädel, zwischen Neurokranium und Viszokranium. Denn es ist tatsächlich so, am Oberrand der Orbiter, also der Augenhöhle, der menschlichen Augenhöhle, bis zum äußeren Gehörgang, der nennt sich Miatus Acousticus Externus, diese Linie, die wir uns praktisch da zeichnen, wenn wir uns die einmal überlegen, hier könnte man dann entsprechend am besten sich darstellen lassen, was Gehirnschädel und Gesichtsschädel miteinander verbindet, beziehungsweise unterscheidet diese Unterscheidungslinie, wann etwas wo zugehört. Also grob, die oberen Knochen gehören eher zu dem Neurokranium und die unteren Knochen eher zum Viszokranium, einfach damit ihr euch das für eine Prüfung potenziell merken könnt. Kommen wir jetzt zu der Frontansicht. Hier können wir jetzt wirklich alle Knochen der Gesichtsschädel einmal gut nachweisen, die Viszokranium entsprechend darstellen. Denn hier ist es so, dass wir die Grundlage des Gesichts haben und da 15 Knochen nachweisen können. Das heißt, es ist wesentlich größer. Einer der Knochen ist hier tatsächlich nicht angezeichnet, das ist die Foma. Die Foma bezeichnet hier dabei einen flachen und eher dünneren, unfahrenden Schädelknochen, der entsprechend insbesondere für das Nasenseptum, für die Ausbildung des Nasenseptums wichtig ist. Außerdem haben wir die Mandibula, die Maxilla, das Os-Etmoidale, was hier einmal schön nachzuweisen ist. Die Contranasalis Inferior, dabei gibt es auch wieder Dextra und Sinistra, genauso wie beim Os-Palatinum, was entsprechend auch in dieser Abbildung fehlt. Aber wir benennen es euch trotzdem, das ist nämlich das Gaumenbein. Das heißt, das kann man später dann auch ableiten, wenn man sich näher mit dem Gaumen beschäftigt. Das Os-Palatinum auch nicht zu vergessen, dass es eben Teil des Gesichtsschädels ist. Das Os-Lakrimale ist hier auch vorhanden. Und dann haben wir noch die Os-Nasal und Os-Zygomaticum, die entsprechend auch Teil der Schädelknochen sind. Hier einmal von der Frontalansicht zu sehen. Os-Frontale entsprechend Teil des Neurokraniums. Also einfach nochmal, damit ihr diese Übersicht bekommt. Wir haben eine grobe Unterteilung zwischen Neuro- und Vistrokranium. Dabei sind einmal im Neurokranium sieben Knochen beteiligt. Os-Oxipitale, Parietale, Frontale, Temporale und Zwenoidale. Und im Gesichtsschädel, also im Vistrokranium, haben wir die Bildung des Gesichts, die Grundlagen des Gesichts. Wobei Os-Etmoidale, Os-Nasale, Maxilla, Os-Lakrimale, Os-Zygomaticum, Palatinum, Conchernasales, Inferiora, Foma und die Mandibula Teil dieser Schädelknochen sind. Und wir haben gerade euch schon einmal erklärt, dass man von der Augenhöhle bis zum äußeren Gehörgang grob in der Seitenansicht einteilen kann, wie entsprechend das zu verstehen ist. Wie diese Schädelknochen unterteilt werden in Vistrokranium. Dabei ist in der Embryologie außerdem wichtig, dass wir einmal Desmale und Chondrale Os-Zifikation haben. Das heißt, aus dem Desmokranium und dem Chondrokanium entsteht entsprechend diese Schädelknochenbasis beziehungsweise die weiteren Schädelknochen der Gesichtsschädel. Interessant ist dabei, dass man Gesichtsschädel und Gehirnschädel eigentlich ganz schön unterscheiden kann. Denn überwiegend kann man sagen, dass der Gesichtsschädel aus dem Desmokranium entsprechend entsteht und dass der Gehirnschädel, also das Neurokranium, entsprechend aus den Anteilen des Desmokranium und des Chondrokanium formt. Dabei eben eher überwiegend Chondrokanium, wobei insbesondere hervorzuheben ist, dass der Gesichtsschädel sich überwiegend aus dem Desmokranium bewirkt beziehungsweise entsprechend entsteht. Das also zu der Embryologie der Schädelknochen. Und außerdem ist natürlich jetzt nochmal die Funktion wichtig. Warum haben wir überhaupt Schädelknochen? Das ist eigentlich ganz klar. Insbesondere geht es um den Schutz. Was sind die wichtigsten Strukturen, die da drin liegen? Wir können uns das ganz klar vorstellen. Mittelhirn, Kleinhirn, also Pons, Medulla oblongata, außerdem noch das Gehirn, die verschiedenen Sinnesorgane, ganz wichtig unter anderem natürlich das Auge und die gehören Gleichgewichtsorgane, die entsprechend hier Teil dieser Schädelknochen-Schutzfunktion sind. Und außerdem haben wir die Mundhöhle und wie gerade schon erwähnt, wir haben ja einen Knochen, der entsprechend nicht fest unbeweglich verwachsen ist und das ist ja die Mandibula. Und da ist es insbesondere auch natürlich wichtig für die Nahrungsverkleinung, die dann mithilfe der Zähne stattfinden kann und die entsprechend auch wichtig als Funktion dieser Schädelknochen hervorzuheben ist. Außerdem geht es um die Wärmeregulation, denn dort gibt es entsprechende Diplowenen. Das werden wir in einem anderen Video nochmal genauer erläutern. Und diese Gefäße ermöglichen dann eine Temperaturaufrechterhaltung. Das heißt, ohne diesen Verlauf der Diplowenen hätten wir nicht die Möglichkeit, innerhalb der Schädelknochen eine Thermoregulation durchführen zu können. Abschließend wollen wir euch nochmal die Knochen auf Deutsch darstellen. Ihr seht, das Osfrontale ist das Stimmbein, das Scheitelbein haben wir hier ebenfalls vorzufinden, genauso wie das Siebbein, das Tränenbein, das Keilbein. Außerdem finden wir das Hinterhauptsbein, das Schläfenbein vor, das Jochbein, den Oberkiefer und die Unterkiefer. Das heißt, wenn wir uns das nochmal ganz konkret vorstellen, dann seht ihr, dass diese ganz verschiedenen Knochen entsprechend eine enorme Bedeutung haben. Natürlich auch im Deutschen sollte man sich das immer wieder hervorrufen, wie diese denn eigentlich alle heißen und wie entsprechend da vorzunehmen ist oder die Unterscheidung zu machen ist, was wie heißt. Ich erkläre es euch nochmal anhand der Fachbegriffe auf Lateinisch, einfach damit ihr diesen Deutsch-Latein-Vergleich habt. Stimmbein ist das Osfrontale, hier schön in gelb zu sehen. Dann haben wir das Siebbein. Das Siebbein ist das Os-Etmoidale, direkt logisch. Darunter ist das Nasenbein, relativ einfach zu merken, das Os-Nasale. Das Tränenbein ist das Os-Lakrimale, schön mit der Glandula-Lakrimale sich zu merken. Das Jochbein, das Os-Zygomaticum entsprechend. Oberkiefer, Unterkiefer kann man sich auch relativ einfach merken. Das ist nämlich Maxilla und Mandibula. Und dann haben wir entsprechend noch das Hinterhauptbein, Os-Oxipitale. Auch da kann man sich es anhand der Lokalisation sehr schön ableiten. Des Weiteren gibt es noch das Schläfenbein, was entsprechend das Ost-Temporale ist. Und das Scheitelbein als Os-Parietale. Darüber hinaus gibt es natürlich noch verschiedene Nähte, die hier relevant sind. Die werden wir euch aber in einem anderen Video eignen. Und damit soll es das auch schon wieder gewesen sein mit diesem Video rund um Anatomie und die Schädelknochen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Ansonsten checkt unbedingt unsere Kurse aus. Die sind jetzt für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Alles zu deinem Physikum entsprechend jetzt zum Nachlesen und zum Verstehen. Zusammengefasst, Aufgaben und Lösungen findet ihr dort auch. Ganz viel Spaß dabei. Und dann sehen wir uns bald wieder. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.